Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Wir wollen euch heute wieder aktuelle Textilien präsentieren. Ja, und hier habe ich was ganz Besonderes von euch von der Firma Adidas, die Marathon 10 Laufjacke. Eine sehr trendige, sportlich geschnittene Laufjacke, die trotzdem hochfunktionell ist. Ja, die Jacke hat nicht nur ein ziemlich stylisches Design, sondern hat auch viele funktionelle Eigenschaften. Und die wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wir haben angefangen hier oben mit der Kapuze, mit einem Laminat ausgestattet, damit es auch wirklich dicht ist bei Wind und bei Regen. Dann haben wir hier Lüftungsschlitze, die durchgehen von der Vorder bis auf die Rückseite, auf beiden Seiten. Wir haben zwei Taschen mit Reißverschlüssen. Und hier an den Ärmeln sieht man auch ganz schön, sehr anatomisch angepasst, die Außenseite etwas länger geschnitten, um noch ein bisschen mehr Schutz für die Handflächen zu bieten. Ja, wie schon gesagt, bietet die Marathon 10 Jacke von Adidas sehr viel Schutz gegen Wind und Regen. Und das wird gewährleistet durch eine komplette Ausstattung mit einem Innenlaminat. Ja, wer sich mal für eine sehr trendige und stylische Laufjacke interessiert, der schaut sich die Adidas Marathon 10 Jacke einfach an in einer unserer Filialen. Ja, oder geht auf www.runnerspoint.com. Ja, oder geht auf www.runnerspoint.com. Vielen Dank.